Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Cornel und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, euren FC in die Kommentare zu schreiben. Sobald ich 10 Leute habe, die ich adde, werde ich dann auch noch einen Kommentar schreiben. So, lohnt sich nicht mehr, ist vorbei. Das passiert wahrscheinlich relativ schnell. Solltet ihr jetzt schon ein bisschen später auf das Video gekommen sein oder, 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 oder ihr habt gesehen, es gibt schon zu viele Kommentare, seid nicht traurig, bitte, kommt einfach in den Stream und lasst uns zusammen Spaß haben. Sollte das hier ohne Probleme funktionieren, werde ich das bestimmt noch mal öfters machen. Und ich werde natürlich auch gucken, dass niemand doppelt rankommt. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, dass ich niemanden, also, ne, die Leute, die jetzt rankommen in dem Stream, die bitte ich dann natürlich auch, sollte es das dann halt noch mal geben, sich dann auch rauszuhalten und nicht mehr mitzumachen. Deswegen überlegt euch, ob ihr jetzt auch wirklich mitmachen wollt. Ähm, wenn das alles gut funktioniert, wenn vor allen Dingen auch die Leute, die jetzt nicht mitfahren dürfen, nicht rummotzen, dann gibt es sowas, wie gesagt, öfters. Ja. Also, in, in, um 15 Uhr, also in so gut wie einer Stunde fängt der Stream an. Ähm, kommt alle. Twitch-Link steht unten in der Beschreibung. Und lasst uns einfach ein bisschen Spaß miteinander haben. Und, ja. Dann, äh, streamen wir eine Runde Mario Kart. Ansonsten seht ihr gerade hier ein Bild als Hintergrund. Das ist mein Schreibtisch. Ihr kennt das ja aus dem Stream. Seht ihr immer, ähm, da, wo meine Jacke hängt. Also, da, wo so eine, da ist eine Tür, da hängt eine Jacke dran. So eine Stoffjacke. Und, ähm, das Bild, was ihr gerade seht, ist von dort fotografiert. Und ich habe Hans an meinem PC gesetzt. Und ich finde dieses Bild sehr episch. Und, ähm, ja. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich hier im Hintergrund sehen, wenn alles klappt beim Rendern. Gut. Dann, äh, bis gleich im Stream. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Tschüss.